UNTERTITELUNG 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 Desaströse Auftritt. Ich habe einen schönen Fehlabend. Blutlehen. Blutlehen. Ich bin nicht tief in der Fehlabend. Tote Mannschaft. Ich habe einen hollten Mannschaft. Diese Mannschaft hat es nicht verdient, um die Meisterschaft zu spielen. Definitiv nicht. Ich habe einen Kieler gewinnen. Ich habe einen Kieler gewonnen. Ich habe einen Kieler gewonnen. Ich habe eine Saison recht gut und zu Ende zu spielen. Wir sind noch im Halbfinale, auch im Kup. Ich habe die Saison noch wieder gewonnen. Ich habe die Saison noch gewonnen. Ich habe die Saison noch gewonnen. Ich habe die Saison noch gewonnen. Auf einige Spielern kann man sich eigentlich immer verlassen. Und bei einigen Reißen nicht aus. Wir haben noch mehr gewonnen. Aber nicht mehr gewonnen werden, sondern wir haben die Bühne nicht. Ich bin der erste Fölle für was die 2-3 und dann ein paar Malmöre im Dann ist er ein paar Malmöre im und dann ein paar Malmöre im Das ist alles. Ich hoffe, dass wir uns gut machen können. Wie geht es jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020